Oh mein Gott, so smart. Ich bin der smarteste Mensch ever. Ja, perfekt. Shut up. Oh mein Gott, ganz, ganz huge. Ganz, ganz huge. Wahrscheinlich von Bassi würde mit der Frau in der WG wohnen. Alter. Digga, der würde aus dem Fenster springen. Straight up. Aber ohne Wassereimer, Junge. Ey, ich putze mir kurz die Zähne, Männer. Jungs. Er hat mir heute früher nicht die Zähne geputscht. Es ist 4 Uhr. Bro. Es ist Mittag. Es ist Mittag gerade. Wie mache ich das, dass ich da so perfekt drüber gleite? Oh ja, nice. Der Loser. Imagine that Draco Malfoy. Ich finde, Draco ist so ein richtiger TikTok E-Boy, Bro. Der sich so auf die Lippe beißt. Und dann nur so 13-jährige Mädels als Follower hat, die so Compilations von seinen Bildern auf Instagram hochladen. Das ist nämlich gerade ein bisschen an dem Moment, wo ich mir zum Frühstück mal Burger bestellt habe vor längerer Zeit. Und Rehwi mir dann bei Insta geschrieben hat, du stirbst mit 23 und ich dann meinte, Dicker, ich bin 24. Classic Moment. sondern auch schon extra. Das wäre schön. Das wäre ja auch schön.